Hallo und Willkommen zurück bei RimWorld. So, ich werde jetzt wieder von Folge 36 bis Folge 39 aufnehmen und dann habe ich mir jetzt überlegt, ist der Plan so, dass ich dann Folge 40 bis 44 nehme ich dann, wenn es klappt, an dem Tag auf, wo Folge 38 erscheint, dass ich ungefähr einen Tag vorher anfange und egal, ich verwirre mich selbst gerade. So, gehen wir weiter rein. Achso, eine wichtige Sache gibt es noch. Ich habe einen Community-Post gemacht, für mich gerade eben, für euch gestern und zwar wegen heute, also Sonntag, den 27. November, um 17 Uhr werde ich streamen, zumindest habe ich mir das vorgenommen, wenn jetzt nichts dazwischen kommt. Und ich habe ja ein paar Umfragen gemacht, das heißt, der Stream wird auf YouTube stattfinden, so wie die Umfrage ergeben hat. Und es ist im Moment ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen RimWorld und Factorio. Das heißt, vielleicht tut es beides geben oder eins davon oder je nachdem, was ihr sagt. Also, wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Und ihr wisst Bescheid. Bei RimWorld kann man sagen, wir werden natürlich nicht hier weiterspielen. Wir werden einen neuen Spielstandard machen mit Mods. Das heißt, ich werde jetzt, nachdem ich hier aufgenommen habe, erstmal alle Mods überarbeiten. Wird mir jede Mods, die ich vorher hatte, angucken, ob man die noch braucht, ob es bessere gibt und wird dann sozusagen das vorbereiten, dass ich das nicht morgen machen muss. Zu Factorio hat Götterfunke zum Beispiel geschrieben, dass er auch für Factorio ist, aber mit Mods. Ich habe bei Factorio noch nie Mods benutzt. Da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Ich weiß gar nicht, ob das so einfach wie hier geht. Da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Ja. Aber an sich, Factorio ist auch ein mega geiles Spiel. Factorio spiele ich ja generell öfter mal. Ja, da fange ich immer wieder neu an. Spiel das eine Zeit, fange wieder von vorne an. Gute Arbeit, Götterfunke. Freut mich auch, dass es hier mal weiter geht. Achso, ja, hier. Erstmal wieder, zack. Hört ihr das? Okay, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber im Hintergrund ist mein Bot am, äh, der, ne, ich habe hier so einen, äh, Saugwischroboter zu Hause. Und er war gerade am Arbeiten. Und er, äh, ist sich gerade, ne, also das ist so ein cooles Ding. Ne, der kann erstmal halt nicht nur saugen, sondern auch wischen. Und er hat halt sein, bei seiner Ladestation, da füllt er dann immer das Wasser auf, wäscht dann den Mob und kann dann auch immer, wenn er ein bisschen Staub sammelt, das, äh, pustet er dann immer in die Station rein. Und das ist immer ziemlich laut, ne? Aber das ist ein geiles Teil. Geiles Teil. Hashtag keine Werbung, ich habe den Namen nicht gesagt. Perfekt. Gut ein Fall, Mima Zero. Nein, doch nicht die Barke. Naja, lieber die Barke. Ja, genau, mach das Kabel kaputt. Hey, mach nicht alles kaputt, Mima Zero. Mima Zero, es reicht. Schön, dass hier fast fertig ist. Hat sich's ja gelohnt. Ach, doch nicht den Sandsack. Den Sandsack, genau, den kannst du kaputt machen. Nicht den. Pass auf, die... Alter. Die Falle rächt sich, ne? Alter, mach doch nicht alle Fallen kaputt. Mima Zero. Du bist schuldig. Ich kann dich hinrichten. Das ist bitter. Zum Glück hat er bei eins aufgehört. Ich glaube, hier muss mal repariert werden, ne? Aber die reparieren ja erst, wenn fertig gebaut ist. Die Tür? Mima Zero, es reicht langsam, ne? Ich hole gleich Jo aus dem Grab zurück, damit er dich verprügelt. Ja, da muss er etwas weiter gehen. Ah, die Küche ist fertig. Perfekt. Hier ist gar keine Beleuchtung drin. Weil wir keine Walllights haben. Ist es... Ja, hier ist das. So, ich gehe von oben nach unten. Wir verwenden aber zwar für... Äh, drei... Nee. Staffel... Zwei-Strategie. Heißt... Äh... Wie hoch stecken nochmal die Mahlzeiten? Das waren kein 75er-Stacks, ne? Ich glaube, das war so wie hier. Kann man die übereinanderlegen eigentlich? Ich glaube, 20er-Stacks. Hier ist... Habe ich auch die falschen ausgewählt. Also, viermal lecker. Und viermal einfach. Überleben als letztes. Überlebensrationen machen wir... Ähm... Eins... Ja, ich glaube, die kannst du bis 75 stacken, oder? Wir probieren's. Ja, weiß was? Hier machen wir... Mh... Die müssen eh ins Lager rennen. Dann könnt ihr die auch best... Direkt zum besten Lager... Äh... Ja, tragen. So. Die üppigen. Mh... Sagen wir mal bis 60. Pausieren ab 40. Äh, bis 40. Die leckeren. Dasselbe. Wir müssen dann genau gucken, wie die Stacks sind. So. Jetzt kommt die Staffel 2-Taktik. Und zwar verbieten wir hier Fleisch. Dass das Fleisch... Eier ist was anderes und Milch. Dass das Fleisch tatsächlich genutzt wird, um die besseren Mahlzeiten herzustellen. Weil da brauchen wir die ja auch richtig. Bei einfachen brauchen wir kein Fleisch. Hier muss noch ein Ventilator rein. Nun gut. Weiter im Text. Folge 34. Die Norm. Perfekt reagiert bei der Rettung. Sehr schön mit Feldbett gearbeitet. Danke. Für Stahl-Nachschub kannst du auch Tiefenbohrungen erforschen. Das habe ich doch gesagt. Ich habe doch genau dann auch gezeigt, dass wir dann mehrere Möglichkeiten haben. Wir haben ja den Steinbruch nicht. Das heißt, wir würden auf Tiefenbohrungen gehen. Und den Tiefen... Mit dem Tiefen-Scanner. Und wenn das... Irgendwann ist die Karte ja abgegrast. Dann haben wir den Langstrecken-Scanner dafür. Ist vielleicht untergegangen. Kann sein. Aber ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich es gesagt habe. So. Götterfunke. Vielleicht nicht verkehrt, die Bauzonen zu nutzen, weil Boden könnte zuletzt gemacht werden. Ja, aber jetzt ist der Boden ja so gut wie fertig. Am Prinzip hast du recht. Ja. Aber ich finde, der ist gerade... Fertig. So, wir haben noch 25. Davon gehen natürlich noch ein paar weg. Wir haben noch Gefangene, ne? Genau. Die wollen wir ja bekehren. Ein Wächter. Sada hat da eine sehr gute Nachricht geschrieben. Das heißt, wir lassen das mal gerade mal mit denen bekehren. Und machen erstmal Widerstand reduzieren. Ah, warte, hier Ziel-Ideologie. Deswegen gehen wir mal nicht auf, äh, bekehren, sondern Widerstand reduzieren. Aber da kommen wir dann nachher zu, wenn wir den, ähm... Jetzt kann auch die hier wieder weg. Tu die mal da raus. Okay, K2 macht's. Das sieht aus. Äh, wo waren wir? Die, äh, die Norm. Wenn es Putztage und Tragetage gibt, kann es doch Bautage geben. Natürlich, ich kann es jeden Tag was geben, aber, ähm, ich bin kein Freund von Bautagen. Denn, wenn jeder Furz baut, denn wenn wir hier jedem Bauen geben, dann werden die erstmal eine Milliarde Jahre Bau länger brauchen, als die Leute, die bauen können. Wir sehen, haben das ja oft gesehen, wenn wir hier Feldarbeit priorisieren und Leute, die null auf Feldarbeit haben, hier so einen Baum fällen, dann schafft einer, der das kann, irgendwie so 20 Bäume in derselben Zeit. Das lohnt nicht. Vor allem verlieren die dann ja auch die anderen Sachen, die die vorhaben, aus den Augen. Also von Bautagen halte ich persönlich jetzt eher weniger was. Was ist mit Götterfunke los? Die Lebensmittelvergiftung. Niemann Zero liegt selber. Dann müssen wir ihn wohl retten. Baitim-Text. Götterfunke hört. Ja, wer ich bloß mit Jo Bauteile suchen, könnte er noch da sein. Rest in Peace, Jo. So, ja, aber wäre Jo nicht da, hätte es auch schlimmer aussehen können, ne? Also es hätte auch schlimmer sein können dann. So, die Norm. Kennst du Deus Ex Machina? Star, Deus, der Sterngott. Also ich kenne das Spiel, äh, Deus Ex und Ex Machina, das wird ja auch oft, äh, gesagt. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was tatsächlich die Bedeutung ist, ne? Also, aber ich weiß ja, Ex Machina wird ja oft so genommen, wenn so in letzter Sekunde einer kommt und irgendwie, äh, rettet, ne? Kläre mich auf. Die Norm. Den Weg von der Kirche bis zum bunten Haus, bitte kompletieren. Na gut. Hier können wir was hinstellen, ne kleine Skulptur oder so. Einmal bitte ne kleine Skulptur herstellen. So, dann einmal kurz, wirklich nur kurz, zack. Zack. So, Sada hat geschrieben. Also, nach meiner Erfahrung mit Beziehungen in Rimworld bisher, hängt es auch sehr stark vom Altersunterschied zwischen den Bewohnern ab. 51, 15, 30, 60, 73. Okay, die Männer sind alle alt, kann man sagen. Also, es wäre ein Punkt, ja. Gersa ist sogar noch, äh, sehr jung. 15. So, und von den Eigenschaften. Ich hatte schon Kolonien, in Klammern, ich neige oft dazu, neu zu starten, wo sich keine Beziehung gebildet hat, um welche, wo die sogar ständig sich geändert haben. Unter Sozial, meine ich, gibt es den Knopf für Umwerben. Da kannst du eine Prozentchance sehen. Um sie zum Umwerben, äh, zwingen. Auch scheint es vom Spiel aus, äh, so aus zu sein, dass Männer mehr Flirtversuche starten als Frauen. Dafür gibt es aber eine, ein Mod, damit Frauen genauso oft Flirtversuche starten. Hast du unter Arbeit gemeinsame Entspannungszeit eingerichtet, dann haben sie eine höhere Chance, sich auch zu treffen und miteinander zu unterhalten. Dann haben wir erstmal bis dahin. Okay, also die Arbeitszeit, nein. Jeder macht das, was er will. Also jeder kann entscheiden, wann er schläft, wann er sich entspannt, wann er arbeitet, wann er meditiert, wann er irgendwas macht. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Somit haben wir immer gut gefahren. Und wir haben ja geguckt, dass es bis jetzt überhaupt keine, äh, Flirtversuche gibt. Ne, also sonst war das immer so, also ich meine, immer wenn ich gespielt habe und es war ein Mann und eine Frau in der Kolonie, war es immer so, dass egal wie das Alter war oder die Eigenschaften, einer hat immer versucht zu flirten. Und hier sieht man gar nichts. Also es kann natürlich sein, dass das Alter zufällig immer gepasst hat und dass es wirklich am Altersunterschied liegt, weil der ist gegeben. Der ist da. Aber es wäre auch möglich, dass es jetzt am, am DLC wirklich liegt, ne, dass man das einstellen muss. Das wären wir dann vielleicht heute Abend im Stream, wenn wir neu starten, herausfinden. So, die neurale Überladung ist fertig. So, wenn hier das Genetiklabor ist, dann werden doch auch genetische Verbesserungen hier angeboten, oder? Ich werde die drei erstmal verbieten und nur den einen. So, und dann werden wir jetzt hier tatsächlich ein Bauzwanggebiet erstellen. Ich nehme das hier mal mit rein, falls einer verarztet werden muss. Und werden Götterfunke da draufsetzen. Aber da geht es hauptsächlich um Bodenglätten. Also er soll den Boden glätten. Partys des Menschseins. Welche Ideologie ist das? Wir haben nur eine Religion und die heißt Philosophie der Einheit. Achso, Götterfunke braucht wieder seine Waffe. Und die liegt mittlerweile. Ich werde den auch mal trennen. Und werde die beiden verknüpfen. Damit hier mal die Waffen hinkommen. Doch wo liegt Götterfunkes Pistole? Da, ne? Ich habe jetzt nur auf Meist geguckt. Weil das war ja eine meisterhafte Pistole. Hier? Ja. Sada redet mal mit dem. Was will der denn? Extra Sada aus dem Bett geholt dafür. Du hast keine Bauteile und wagst es mit uns zu reden? Hier kannst du ein paar Knüppel haben. Axt aus Uran. Die EMP behalten wir. Parker aus Menschenhaut. Aber der hat nicht genug Geld. Also Menschenhautsachen werden wir auch verkaufen. Haben wir hier noch was aus Menschenhaut? Wir haben ja jetzt keinen Kannibalen mehr, ne? Jo, ist er tot. Kein Kannibalen. Perfekt. Alles klar. Einmal bitte retten. Oh, der hat sich uns angeschlossen. Wobei Nahkampf. Ja, Moment. Wir gucken. Ich gucke mal gerade auf die Liste, ja? Sekunde. Einmal bitte die Liste öffnen. So, wir haben hier. Wir haben Nahkampf, Handwerk und Intellekt. So. Jogger und Zäh. Das wird ein Berserker. Das wird ein Berserker. Okay, wer wollte Berserker sein? Riker. Riker wollte Berserker sein. Jack Black war Fernkampf, Koch und Medizin. Sada haben wir. Gersa haben wir. Nikolai. Handwerk, Waffen. Pascal haben wir. Mima Zero haben wir. Jo. Steht nur über Partner für Vampir. Mike war Nahkampf. Also Mike wäre auch gegangen. Alles klar. So, dann machen wir den wieder weg. Und Vollbild. So, herzlich willkommen. Riker. Du wirst jetzt noch eingewiesen. Und zwar kriegt Riker. Outfit wählen, Soldat. Bei Hilfsmittel wird es ja eher schwierig, weil im Prinzip kriegt er ja hier die Sachen. Wir müssen jetzt ein Berserker-Outfit machen, was im Prinzip der Soldat ist, wo einfach nur die beiden in den Schildgürtel geändert werden. Oder vielleicht den Sprungrucksack. Also neues Outfit. Berserker. Alles verbieten. Normal bis Legendär. 60 bis 100. Keine Verunreinigte. So, Hilfsmittel. Schildgürtel, Schildgürtel und Sprungrucksack. Kopfbedeckung. Ich würde sagen, so Gasmaske priorisieren wir eher Rüstung. Machen wir erstmal alles. So, Gunlink. Nein. Headset. Also Integrator-Headset. Nein. Kinderhelm. Nein. Kataphrat ist okay. Kein Mech-Commander. Es gab ja bestimmte Rüstungen, die mehr für Fernkampf war, oder? Anscheinend nicht. Gut, ich lese mir jetzt hier nicht den ganzen Text. Ich gucke auf die Bonis, ne? Beziehungsweise die Debuffs. So, Divers wäre Hose. T-Shirt. Ah, er braucht keinen Waffengurt. Jacke. Das wäre dann bei Kopfbedeckung divers einfach eine Mütze. Mütze, Halbkappe. Da ist auch eine Gasmaske getragen. Wo ist denn die Mütze? So, und du kriegst jetzt den Berserker. Berserker. Angriff. Er wird dann den Plastal Gladius bekommen, den Sarda zurzeit hat. Ich überlege, die Mechs auch drauf zu schicken. Damit das schneller geht. Komm, machen wir mal. Eine Boomratte wurde zahm. Perfekt. Pascal versteckt sich im Raum. Ja, keine Ahnung, Pascal. Es hat sich so gut versteckt. So, und dann machen wir mal weiter mit Sardas Kommentar. Für Bekehrungen musst du einen Wächter mit der gewünschten Ideologie, also Götterfunke, einstellen. Bei minus acht sozial könnte es schwer werden. Ich hoffe nicht, dass es dadurch unmöglich ist. Moment, es sah da ja unsere Gefängniswächterin. Hat aber die falsche Religion. Hier, Philosophie der Einheit. Wäre aber richtig. Also, Philosophie der Einheit ist richtig. Ist es richtig gewählt? Philosophie der Einheit. So, Philosophie der Einheit sind noch Pascal. Pascal hat zwei Punkte da drin. Das heißt, Pascal ist auch Alphys Werther sein dafür zuständig. Alter, sind das alles? Ne, ich wollte gerade sagen. Ich dachte gerade, es wären alles Gins. Aber wir haben nur Normalos und Gins. Was sind das denn hier? Hier wäre Erwürmer ein Unterschied. Ein Impid. Beides Impids. Ein junger Mädel. Können beide Feuer spucken. Kochen. Also, sie könnte Koch werden. Oder Bergbau. Ich glaube, Kochen ist im Moment wichtiger. Das wäre Mike. Also, das wäre dann Mike. Der andere mit Nahkampf und Kunst. Mike. Kochen. Ich glaube, das ist Jack Black. Muss ich dann nachher noch mal kurz nachgucken. Wer das Kochen machen wollte. Ich habe es schon wieder vergessen. War es Jack Black? Machen wir Götterfunke zuerst. Also, Götterfunke. Moinsen. Ja, hast recht. Nach einer gewissen Zeit verlieren manche Leute das Interesse, weil es sich auch mal zieht. Aber, näher, so wild das wird noch. Habt ihr einen Bug mit den zwei Angriffen auch bei dem Erzähler, dass sie direkt nacheinander kommen? Ist das wirklich ein Bug oder ist das extra? Das ist halt die Frage, ne? So, weiblich. Weiblich. Beides weiblich. Okay. Wir brauchen noch mal Fleisch für Wildtiere. Wir müssen noch mal... Äh, äh, Fleisch. Uh. Wollt ihr mal zusammenjagen gehen? Wo ist denn die Axt aus Uran? Die ist für dich. Die Axt aus Uran. Wer hat denn eigentlich mehr in Nahkampf? Okay, dann ist die Keule aus Stahl für dich. Die Keule aus Stahl ist für dich. Und für dich ist die Axt aus Uran. Und der Planstahl Gladius wird dann für Riker. So, Riker ist unser Berserker. Kommt also vor Sarda und Mima Zero. Das ist hier sortiert ein bisschen. Aber Sagaotafunke, der steht immer als erstes. Dann käme Soldat. Also das ist hier nach Waffen sortiert. Mima Zero keine Waffe. Beziehungs... Ja, doch. Aber am schlechtesten... Pascal keine Waffe, also ganz recht. Alter, guck mal, komm, sind die Bots dabei. Geht's relativ flott, ne? Das heißt, wenn ich das richtig sehe... Ich mach die mal hier weg. Ja, sind durch. Können wir hier schon mal drei hinpflanzen. Ich würde vier haben, weil die brauchen ja auch eine gewisse Zeit zum Aufladen. Aber erstmal bauen wir nur ein, weil die kosten ja Bauteile. Jetzt habe ich schon wegen Stardoich... Sorry, wegen Stardoichs C gedrückt, weil mit C kann ich entfernen. Riker hat kaputte Kleidung an, aber er soll ja auch nicht nackt sein. Welche Religion gehörst du an? Kannst du ihn bekehren? Wir brauchen drei Anhänger für den Kommissar der Technik, also den moralischen Führer. Aber Gersa hat hier zugestimmt. Ach, Gersa gehört noch nicht zu uns. Nein, wir müssen Gersa erst überzeugen. War Hinrichtung... Von der Religion? Ich glaube nicht. Respektiert bei Schuld. Organutz und keine Entnahme? Wer hat denn die Religion eingestellt? Das kann ja gar nicht sein. Dass wir das auch momentan nicht ändern können, ist ein bisschen traurig. Aber wir können eine machen. Ja, wir können mal. Es könnte spaßig werden. Machen wir mal. Ich glaube, das ist unsere einzelne Methode, wie wir momentan... Party ist zu Ende. Die Rede ist zu Ende und die Party fängt an. Wurde abgeschlossen. War das jetzt gut? Es war spaßig. Das ging aber sehr schnell vorbei. Haben denn welche Religion verloren? Weiß ich nicht. So, neurale Überladung ist fertig. Kann man denn hier automatische Nutzung für alle... Ich würde sagen, bei Bedarf ist es richtig. Gäste erlauben? Ja, würde ich sagen, ja. Aber ich würde sagen, das war es jetzt dann auch schon für diese Folge. Wir sehen uns... Oh! Essen haben wir nicht drin. Wir haben Essen gar nicht mit drin. In Bauzwang. Das ist natürlich... Gefährlich. So, dann tun wir den Bauzwang erst mal wieder lassen. Und das war es für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!